hallo leute und willkommen zur vierten folge von simcity build it wie ihr seht ich habe wieder 8700 simoleons ja wir machen jetzt wir bauen jetzt noch mehr häuser so direkten level aufstieg neue produktion freigeschaltet samen was denn das donnerwetter bürgermeister ich habe die welt erkundet diese fantastischen regionen entdeckt die leute dort möchten dass sie ihnen dabei helfen eine stadt zu bauen sehen wir sie uns mal an ok ok jede region hat ihre eigenheiten mit wunderschönen wohngebieten und spezialisierten dienstleistungen und waren ok sind die kann man die freigeschalten hallo ja das ist unsere stadt ihr tagesbonus ist abholbereit ein tagesbonus dann können wir jede jede folge eine truhe öffnen ok ok ganz viele sachen ja was hat das jetzt damit auf sich was braucht man dafür um das reiz zu schalten ähm nein später herunterladen mache ich nach dem video und zeige ich euch dann in der nächsten folge ja dann zeige ich euch das in der nächsten folge und nächste folge können wir dann noch eine gratis rohe öffnen so das hier einmal das hier einmal noch eins einfach alles reinhauen bis man nichts mehr bauen kann das da würde ich gerne machen so oh ich hab äh gitter bekommen kann ich das hier erhöhen oh man wie laut das hier ist upgrade stadtlager bürgermeister ihr stadtlager füllt sich zusehends warum bauen sie es nicht aus ähm ok füllen sie ihr stadtlager habe ich schon gemacht upgraden sie ihr stadtlager habe ich gemacht tippen sie auf die sprechblasen der sims zwei von zwanzig zählt das auch nein oder nein das zählt leider nicht okay dann sammle ich das mal alles ein dann können wir noch weiter bauen so was machen wir denn das da hier eins noch eins noch eins und noch eins und direkt wieder ein level höher fabriken ist ihnen schon aufgefallen dass sie die fabriken ausbauen können planieren sie einfach die alten anlagen um sie durch bessere zu ersetzen ach cool die kann man jetzt abreißen ob sie mal kurz verschieben planieren planieren ich mache gleich komplett neue so so alle einfach abreißen bürgermeister meine toilette ist verstopft bringen sie das was abwassersystem in schuss sonst können sie hier mit einer sauglocke antanzen ich habe das noch nicht ganz gecheckt was abwassersystem warte mal das stinkende abwasser muss irgendwohin entscheiden sie sich zwischen dem günstigen abwassern und der sauberen kläranlage am liebsten würde ich ja gleich die luxus kläranlage nehmen aber ich habe halt nicht genug geld ähm da muss ich ein bisschen noch warten oh ich habe mal voll kleine stadt einsammeln es gibt so viel zu tun aber ich kann nichts machen sim angebote hallo bürgermeister wir würden der stadt gerne ein paar ressourcen verkaufen äh abkaufen verkaufen sie objekte an sims wenn sie darum bitten 0 von 5 verdienen sie simoleons aus sim angeboten 0 von 500 geben sie simoleons aus 0 von 5000 moment kann ich das jetzt benutzen nein äh wie soll ich dann 5000 ausgeben oh man die werden jetzt ganz unglücklich alle ich will aber nicht dieses günstige abwasser endrohr bauen ich will gleich die luxus kläranlage machen oh oh 5000 kostet das gemüse dazu brauche ich samen für samen brauche ich fabriken okay die die sind weniger schmutzig also die haben einen kleineren umweltverschmutzungsradius 12 x 12 10 x 10 so jetzt habe ich gleich 5 neue nein danke jetzt verschiebe ich das wieder hier hin geben sie simoleons aus ach so sollen wir die ausgeben ah ja das ist logisch 0 von 1 sam habe ich leider noch nicht also kann ich erst später machen ja ich stelle gleich stahl her oh man kann sogar eins mehr herstellen also eins von jeder art mehr so hier eins vergessen okay nein danke wie voll das hier hinten ist ja ich weiß dass ich es irgendwie wegbekommen muss aber ich will die luxus kläranlage es kostet mich halt geld fünfundfünfzig kapazität ich habe nur neunundzwanzig häuser 36 36 ok kümmert euch ums abwasser sofort ja mache ich ja ich brauche halt mehr geld ich könnte jetzt dieselbe taktik machen wie ich sonst immer geld bekomme aber es ist ziemlich langweilig fünfundfünf stück fünf stück da könnten die eigentlich was abkaufen vier stück zwei stück dann stehe ich meins her ja und davon kann ich noch keins herstellen hier mal eins erstmal mehr stahl mehr stahl wir brauchen einfach nur geld klasse diese abendsonne ähm was ist denn das bulldozer auspuff spezial objekt zum öffnen der expansionsbereiche tippen sie auf den blauen simt sprechblasen um besondere objekte zu erhalten äh sind es das hier ja erweiterungen werden ab level 10 freigeschaltet so nein oh man ich hab viel zu wenig abwasser ich muss aber geld bekommen ähm warte mal upgrade benötigt level 13 minus 10 prozent zeit ah cool dann kann man das upgraden und dann dauert es nicht so lange hier habe ich hier bekomme ich geld ja es ist immer so kurz nachdem die folge beginnt jetzt sitze ich in der tinte sitze ich in der tinte da das kann ich verkaufen ja mach ich so holz damit kann ich das hier verbessern dadurch bekomme ich geld oh oh 81 prozent glücklich trotz dass ich überhaupt kein abwasser habe sind die noch relativ glücklich muss ich sagen ich glaube aber der ton ist auch ein bisschen laut im moment zehn minuten schon ja ich bin ja dabei leute ganz ruhig bleiben ich glaube ich glaube wir haben hier schon einen wolken kratzer oder zählt das hier schon zum wolken kratzer ziemlich groß auf jeden fall ich denke mal schon so was muss man hier eigentlich nochmal machen ach so dinge verkaufen und noch zehn sprechblasen ja ok ich tippe noch oh cool jetzt muss ich nur noch auf 19 äh sprechblasen drücken und ich kann auch das stadtlager wieder erhöhen jetzt kann ich 50 sachen lagern und da kann ich was verkaufen wow ein stahl naja wenn sie's möchten so ich bin dauernd noch gewohnt äh nur äh zweimal klicken zweimal zu klicken pro fabrik weil ich eben halt noch die kleine schmutzige fabrik hatte jetzt muss ich ja dreimal tippen das ist ein bisschen verwirrend acht acht sprechblasen muss ich jetzt noch ab antippen oder ja acht 15.000 15 von 35.000 ich brauche noch 20 20.000 Münzen das reicht locker nicht lange nicht und schon und schon zwölfeinhalb Minuten hat sich sonst eigentlich noch was anderes freigeschaltet ja ruhiger park 5000 bewohner ach das ist so ein so ein ganz ganz breites was man nur einmal so äh hinsetzen muss und dann sind so alle Häuser damit bedeckt das ist cool aber ich glaub ich glaub das bringt mir jetzt nicht wirklich was obwohl 25% 10% soll ich das machen ich weiß nicht hoppla ich glaub ich könnte das sogar machen was mit dem es kostet mehr hat einen kleineren bereich und weniger prozent hä picknickpark der lohnt sich überhaupt nicht der kostet 4000 simoleons mehr hat 5% weniger schub und auch einen kleineren Radius was denn das hä das ergibt ja gar keinen Sinn 3 von 5 habe ich jetzt schon ok ich glaub ich krieg das dann bis zur nächsten Folge geregelt und dann und dann ähm ja dann können wir weiterspielen ohne dass die Bürger total wütend sind ja wobei 7 Sprechblasen machen wir noch 7 Sprechblasen 7 Sprechblasen ein paar Steuern mal sehen wie viel die dann morgen sind bestimmt nicht viel oder in der nächsten Folge 6 6 Sprechblasen brauche ich noch wieder mehr herstellen noch mehr so zählt das eigentlich wenn man hier mehrmals drauf drückt nein anscheinend nicht schade so es fehlt halt ziemlich 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 viel ja ein paar Nägel noch herstellen auch ich kann ja was bauen hier kann ich was verkaufen fehlt nicht mehr viel so eins davon hin dreimal dreimal Plastik einsammeln dreimal Plastik herstellen noch mehr Stahl eine Kamera danke schön vier Stück noch vier Sprechblasen muss ich noch antippen kommt Leute sagt mir eure Meinung aber ich glaube ich glaube bis zur nächsten Folge werde ich diesen ruhigen Park hier in meine Stadt einbauen er passt halt genau da rein genau da wo jetzt mein anderer Park steht und hat halt so einen richtig guten Radius der richtig gut passt dann mache ich da einen hin dann mache ich da auch noch einen hin hier ein und die anderen verkaufe ich dann wahrscheinlich ich muss noch mehr vier Meinungen einholen da drei das hier kann ich bauen dann nächstes Haus oh Mann die Bewohner sind so richtig die sind alle unglücklich ähm das da zwei zweimal muss ich noch hören was die mir sagen wollen und dann dann ist es auch schon vorbei mit der Folge dann bringe ich das Abwasserproblem in Ordnung und dann sehen wir uns wieder acht Minuten brauchen die Samen nur noch aber es wird zu spät werden dann ich hab ich hab jetzt noch äh ich lass jetzt noch so viel Zeit bis ich diese zwei Meinungen höre da nur noch eine eine letzte es fehlt einfach nur noch eine 19 von 20 dann können wir noch eine Box öffnen befreit uns vom Abwasser befreit uns vom Abwasser befreit uns vom Abwasser befreit uns vom Abwasser die sind alle so unglücklich ja kann ich machen ähm oh Upgrade die ist ja auch schon fast fertig 227 von 500 die öffnen wir aber dann erst in der nächsten Folge heute nicht oh Gemüse wozu brauchen die ein Gemüse um ein Haus zu bauen Geht's euch gut? Hallo? oh 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 da geschafft Dankeschön 3 Schlösser und 1.000 Simoleons am wichtigsten sind eigentlich gerade die Simoleons wie viel hab ich denn von 6 6 Schlösser hab ich ok Leute ich glaub das war's dann für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr wollt dann lasst ein Like da wenn ihr nichts verpassen wollt dann lasst auch mal ein Abo da dann bis zur nächsten Folge und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.